Oh mein Gott. Rämmt geil. Kapador gefangen. Jetzt sind wir wieder bei über 200 Bonbons. 169er Kapador. 1 zu 6. Oh jetzt? Ah, du Bastard. Ich hoffe es bleibt. Jo Mugle, bye bye. Oh mein Gott. Mit dem ersten Ball, du Mischgörnerisches. Mischstück. Aber die Attacke sind nicht so gut. Ach so, jetzt auf einmal oder was? Ja. Konfusion ist scheiße. Hat das Aquaknarre psychoniert, ist gut. Konfusion ist scheiße. Ja, ich behalte es aber erstmal. Ach nein. Mit 1 zu 6.00 aufbehalten. Es hat auf jeden Fall 15 bei Verteidigung. Schon gut. Keiner darf nicht. Es kam eine kleine Welle bevor wir gehen würden. Ja man. Sehr klein. Kaum merkbar. Jetzt kommt ein Stern, du. Jetzt kommen wieder andere Sachen. Janglulak wäre schon geil. Okay, tot. Eisstrahl und Aquaknarre. 1.6 hat es. Endgeil. Ist gut, gell? Ja und wie. Oh, der Pummeluft. Oh, der Pummeluft. Oh yes, Pummeluft. Ich hab schon ein Ente mit Eisstrahl und Aquaknarre. Ich hab schon ein Ente mit Eisstrahl und Aquaknarre. 2 Kaper. So 1.5, 1.4 würde ich sagen. Schauen wir mal das Setup, man. Aquaknarre und Eisstrahl wäre saftig, man. Ja. Konfusion Psychokinese. Na ja. Und 1.3. Egal. Ich hab ja noch, ich kann ja noch 2 entwickeln. Ja. 1.3. Was läuft das noch? 4. Jetzt zählst noch Fragezeichen. Das wird gut. Oh mein Gott, komm jetzt. Gib mir eins mit Fragezeichen. Oh yes, so geht das. Mit einem softigen Hyperball. Oh mein Gott, das ist gesprungen. Noch mal eine Bede, zur Sicherheit. Das ist noch das Beste. Das ist insgesamt ein gutes. Jetzt egal. Oh yes. Lapras ist Lapras. Oh mein Gott, Mann. Leider nicht. Boah, der war klasse, der Ball. Boah, sein Lapras hat 1.700. Okay. So wie meins halt. Ja, gut, dass meins 40 hatte. Oh mein Gott, hab ich leider enthart, Mann. Oh mein Gott, immer noch nicht. Nein, Mann. Oh mein Gott, Demi. Okay. Schau dir den Pokéball jetzt an. Oh mein Gott, Mann. Wieso machst du nicht mit Überball? Ich mach jetzt Superball. Alter, nicht, dass es wegläuft. Oh yes. Der bleibt. Der bleibt. Zwei. Drei. Oh mein Gott, ich hab's. Oh mein Gott. Richtig saftig. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht sicher nicht. Eishode mit Blizzard hatte. Schon gute Attacken. Ja, das war's für heute. Sehr gut. Es wird kein Foto mehr kommen. Ich habe gelernt und setze keinen normalen Pokéball ein. So ist es. Du lernst aber schnell. Ich hab's gelernt und hab's gefangen. Ja, meins war voll schwach. Die Lappers 1. 153. Ja, meins 139. Das letzte Mal ist, glaube ich, das Lappers genommen die gleiche Zeit gekommen. Echt jetzt? Auch am Samstag, glaube ich. Ja? Ja. Wir müssen uns das mal merken, wenn wir nächsten Samstag aufkommen sollten. Ich glaube, das notieren wir uns mal. Für heute war's jetzt 19 Uhr. 15, gell? Ja. Sag mal 19.10 Uhr am besten. Ja. Samstag. Mal gucken. Ich glaube, jetzt jemand lappert sich die Lappen gegangen. Tja. Oh mein Gott. Filme ihn doch, wie er leidet heute. Oh mein Gott. Er dreht zum Fall unerfällig die Karte. Ja. Geht schon, bitte. Der Lapper sagt gut. Okay, Mann. Gleich ist es halb. Wir haben uns heute Limit halb gesetzt. Ja. In acht Minuten ist es soweit. Das Ende hat sich noch gelohnt. Die Zwischenphase war richtig tot. Richtig traumatisierend. War okay. Aber hier hatte ich schon bessere Tage. Heute war's nicht so gut. Ja, heute war's nicht so gut. Wobei, also das Lapras hat eigentlich schon alles rausgeholt. Das Lapras hat was rausgerissen. Also das war schon echt. Wenn du bedenkst, wie scheiße heute war, war Lapras echt gut. Ja. Wir haben auch einen neuen Eintrag in Pokédex. Wir haben vier, fünf neue Einträge. War auch kein schlechter Faktor. Ja, so gelb ist im Kommen. So ist es. Ich bin gelb für den Wind. Pantimus ist das Pokémon, was es zum Beispiel in Europa zu fangen gibt. Orenta in Asien, Kangama in Australien. Ich hab's gefangen, Leute. Ja, Mann. Das Ende war richtig gut. Lapras und Pantimus noch erwischt. Ja, Mann. Richtig stabil. Okay. Oh mein Gott. Das war's bei dir im Pokédex-Eintrag? Ja, ich hab's schon. Du nicht? Nein. Jawoll. Okay. Dratini und Schigi in der Nähe. Oh mein Gott. Ja, das ist da hinten. 100 pro. Ja. Geil. Wir wurden belohnt, dass wir gehen. Schon halbfeste Zeit zum Gehen, Mann. Ich verschick's jetzt. Kingler. Oh mein Gott, Mann. Das Ende geht richtig ab, gerade. Ja, okay. 682. Oh mein Gott, Mann. Ich sag dir gleich, was unseres hat. Beziehungsweise meins. Ja. Oh, 876. Schon richtig saftig, Mann. Damit kann man schon was anfangen. Gleich mal eine Wehre werfen. Oh, ein Superball. Schauen wir mal, ob's drin bleibt. Der bleibt 100 pro drin. Nee, Mann. Herzbefreit, der hässliche. Oh mein Gott, der ist geflohen. Oh mein Gott, Mann. Oh, ein kleines Eltert. Ja. Meiner wird wahrscheinlich nicht fliehen. Aber meiner hat ja auch nur 682. Und jetzt Tschüss. Oh mein Gott. Du Bastard. Aus Prinzip werde ich's jetzt fangen können. Ich seh nicht, dass du's fängst. Ich seh nicht, dass du's fängst. Alter. Sehr gut, Kingler. Großartiger Wurf. Ja, das hat nichts zu sagen. Du Mugle. Bye-bye, Dieter. Noch mal großartiger Wurf. Heute ein Tutorial, wie man keine Pokémon fängt. Ja, genau so nicht. Leute, schaut weiter. Ey, das ist jetzt das dritte Mal großartiger Wurf. Und? Oh mein Gott, Mann. Was silly. Ein weiterer neuer Eintrag für Team Gelb. Für Team Blau kommt nichts dazu. Was silly schon so zehnmal, Alter, Mann. Bei mir ist es gleich beim ersten Ball geflogen. Okay, vierter großartiger Ball. Okay, jetzt hat er's. Okay, das wär schon krass gewesen, Mann. Nach so zehn Bällen. Okay, bei mir ist es gleich beim ersten Mal geflogen. Traurig. Aber egal, ich hab ja schon eins. Hat nicht so gut der Packen. Lehmschelle und... Ja, mein entwickelt ist es schon besser. Aber trotzdem, ich hätte gerne eins gehabt. Aber... Okay, Smogon, Shiggy. Vorsicht, Auto. Smogon, Shiggy in der Gegend. Smogon bräuchte ich noch ein paar für Smogbock. Ich wette, Dratini und Shiggy sind dahinten. Leide jetzt nicht, Mann. Dratini ist schon gespawrt. Es ist gar nicht mehr auf der Karte. Natürlich ist es doch da. Nee, bei mir ist es nicht mehr. Nee, auch nicht. Bei mir schon. Ja, jetzt ist es nicht mehr. Ja, dann ist es dahinten. Es ist schon erschienen, deswegen. Nein, es ist dahinten. Weil wenn du in die falsche Richtung läufst, dann verschwindet es von deiner Karte. Nein, es ist bei den Leuten schon erschienen. Wir gehen lieber zurück. Ohne so was. Nein, Alter. Wir gehen in 2, Mann. Wir gehen in 2, Mann. Scheiß drauf. Wir müssen auch irgendwo mal ein Ende finden, Mann. Heute genug gesucht, ey. Drei Stunden. Endlange. Gehen wir mal etwas schneller, weil ich muss noch zur Wecke rein. Oh mein Gott, hier ist eine gelbe Arena. Sollen wir die doch kicken fürs Video. Ja, Ron. Team Gelb. Ja. 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 Wir supporten Team Gelb nicht. Wir kicken sie nur. Ich bin da, los. Kannst du mal? Ja, ich hab schon. Und dort noch ein bisschen. Ah, ein wunderbares Faktor. Mit? Zehnmal gleich. Und Spukball hat es sich scheiße. Psychoschock und Konfusion. Na ja. Wie glatt ist? 1,4. 10 gegen 17. Was ist denn drin? Taubos Enteron Akani. Die Arena zerstör ich auch alleine. Mir ist das egal. Das neu erworbene Lapras. Wir sehen hier unseren ersten Arena Kampf. Ja. Auf dem Channel. Ich probiere es mal mit einem reinem Wasser Team. Die ist so heute wie zerstört. Okay. So, mein Lapras ist das schwächere. Und das hat eh kein Problem. Das kann Eisrodem und Blizzard. Geht ganz schnell. Ausgewichen. Das ist auch wichtig. Das Timing da. Jetzt noch den Blizzard hinterher. Und das ist vorbei. Das finde ich manchmal komisch. Der Blizzard dauert ein bisschen bis er wirkt. So. Das war kein Problem. Jetzt kommt das Enteron. Schauen wir mal, was das kann. Das ist auch richtig schlecht. Das Akani von ihm ist halt sehr stark. Schaut, der Blizzard jetzt zum Beispiel hat es nachgewirkt. Hast du gesehen? Und das Enteron ist auch tot. Und jetzt kommt das Akani. Das ist halt eine richtig schlechte Arena einfach. So. Mach ich auch. Mach mal einen Wechsel. Das ist mal einen guten Darados. Aus. Ausgewichen. Und jetzt die Hydro-Pompe. Und das ist vorbei. Was setzt du rein, Dimitri? Garadus tut 1,9. Setz dich mal Lapras rein. So schaut die Arena jetzt aus. Garadus hast du reingesetzt. Ja. Das war jetzt einer, der hier im Umkreis war. Von jemand anderem. Das ist mein Garadus. Setz schnell rein. Junge, setz doch schnell rein. Hab ich doch. Achso, das hat dann gar nicht geupdatet. Was ist denn das für ein Bauer mit seinem 900er Dragonier, Mann? Ach, das ist bestimmt der... Nein, der war rot. Ja. So behindert, oder? Also ich setz mein stärkstes Pokémon rein. Das war's für heute. Viel erlebt. Schau mal, was ich mit den ganzen Videos mache. Servus Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da. Gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid. Aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren. Das kostet nichts. Dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab. Checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei. Wir ziehen uns unter dem Video. ب